Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ja, überraschend gemütliche Folge für Sonntag. Super, oder? Doppelfolge. So, was haben wir da drin? Das nehmen wir gleich mit. Dann würde ich sagen, wir werden heute da oben optimieren. Ein bisschen optimieren geht schon. So, was haben wir da drin? Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und da nehmen wir einfach das. Ja, komm, wir nehmen das alles mit. So, was ich aber da reinpacke, nö, da reinpacke, das und das, das will ich alles eher nicht mitnehmen. Super, so. Sehr schön. Jetzt schauen wir nochmal, äh, auffüllen. So, nö. Nein, das Holz. Ähm, da haben wir das Zeug. Das verteilen wir dann. Jawohl. Biomasse war doch da oben, oder? Genau. So, Blätter sind da unten. Wieso fährt hier die Biomasse spazieren? Man weiß es nicht so. So. Ähm, da kommt das rein. Ja, passt so. Genau, und da haben wir das hier. Na, passt. Wird schon gut gehen. So, wir werden heute, hm, da oben haben wir ja da hinten unseren kleinen Außenposten. Da will ich heute ein bisschen rumbasteln mit euch. Und zwar eine Plattform drunter bauen. Das da kommt alles weg. Ah, man hört's, man hört's, man sieht es kaum. Den, den Schneckerl, ist ein Traum. So. Das da kommt, so. Wie bitte? Wo ist es? Ja. Einmal noch, komm. So, ich mag das zwar, wenn das so große Kuh, wo man sieht, das dann so lau, ich mag das. Ich mag das total, aber in dem Fall jetzt müssen wir das halt abreißen. Swing and air for the leg. So, und den Teil hier. Haben wir da oben? Ja, der muss auch weg, natürlich, der Mugel. Wird das nicht? Haben wir volles Inventaröl. Super. So, läuft doch weiter, oder? Ja. Ja. Dieses Schneckengeräusch hier macht mich etwas nervös. So. Wunderbar. Den lassen wir stehen. So, hallo. Da bin ich ja sehr gespannt. Ob man den irgendwann mal... Das war's? Okay. Ist das da oben? Egal. So. So. Wir werden hier beginnen. Da gehen wir noch alles rein. Das werden wir auch um... Oh, sieht das cool aus. So. So, wir machen uns einen Lagercontainer. Vorerst mal. So. Und da packen wir mal rein Sachen, die wir nicht brauchen. Das, das und das. Dann haben wir hier... Wir nehmen das alles raus und löschen den auch gleich. So. Das kommt alles da rein. Super. So, wir haben den hier. Den lassen wir noch laufen. Den machen wir weg. So, das lassen wir noch. Legen wir mal alles in den Container da oben. Alles an Rohmaterialien. Den werden wir später natürlich wieder verteilen. So, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir nicht sortieren. Super. So, dann haben wir den. Und den. So, das nehmen wir auch gleich weg. Das nehmen wir weg. Und das nehmen wir weg. Wunderbar. So, wir haben den hier. Wir haben den hier. Und den. Und den. So, jetzt laufen wir da rauf zu unserem Container. Container, Container. So. Bäm. Noch was? Nö. Super. Jetzt haben wir da noch ein bisschen Strom. Ehrlich kommt das jetzt auch schon weg. Ja, der muss weg. Der muss weg. Und. Der ist sowieso. Der Mast kann weg. Was haben wir in dem Container noch drin? Ehrlich kann der auch weg. Der muss weg. Und da war. Und da war. Und da war. Container, wir haben, das wollen wir hier ohnehin nicht haben, sortieren, super, ja, großartig, so, dann geht es uns hier um eine Plattform, wir machen zwei Meter Fundamente, reicht das? So, ist das eine richtige Höhe? Ich bin mir da nicht sicher, die hier wäre richtig, bisschen höher, oder wir machen die Vierer, kosten die erst, ja, die kosten gleich viel, gut. Sehr cool, so, so, und jetzt schauen wir, dass wir hier, ist der Baum noch frei, das wäre mir tatsächlich wichtig, ja, ist er. So, dann haben wir da, ja, was weiß ich, für zwei vor, so, bam, so, dann haben wir hier eine schöne Plattform, da können wir uns die Dinger noch holen, ja, die werden wir auch gleich verwursten hier. Ah, für Beton, das wäre auch praktisch. Oh, da müssen wir weit laufen. Ich glaube, wir machen hier dann später eine Rampe drauf. So, wir haben Produktion, wir richten uns nach den Minern. So, wir haben einmal hier eine Miner und einmal, geht der da? Nö. Ach ja. So, das sind mal die zwei Miner. Ach so, wir haben keine mehr. Ah, ich wollte Bäumchen hier wegmachen. Aber haben wir nicht. Vielleicht machen wir uns ein bisschen Treibstoff, einfach nur zum, so, hier. So. Kriegen wir die von hier unten überhaupt? Ne, die kriegen wir von da nicht. Die will ich aber wegkriegen. Definitiv. Ah, da kommen wir von da auch nicht dran. Äh, super. So. 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 so machen die weg jetzt die motorsäge so später hier eine rampe aber dass wir noch weiter vorziehen müssen wir brauchen mehr platz wir haben die noch immer da drin aber das ist aber gut ja da müssen wir das so angehen ich will die weg machen dann haben wir hier auf jeden fall fundament die firma gesagt ja ja so wir brauchen produktion wir brauchen zwei schmelzen vielleicht ein bisschen abstand hier 5 und 8 so und wenn wir die löschen 5 und 8 ok sicherstellen so schmelzofen ja zwei müssten mal reichen so machen wir mal hier die bänder gerade ist schön da lassen wir hier laufen genau da ist halt die frage ich überlege gerade keine frage ob wir habe ich überlegt von hier bis hierher die beiden zusammenführen und hier mit splittern wieder rausnehmen aber das noch haben wir platz genug und deswegen wenn wir den platz hier auch nutzen es geht es geht super wunderbar super so dann kommt hier hinten das geschmolzene heraus und dann würde ich sagen wir brauchen produktion wir brauchen einen konstrukteur eigentlich brauchen wir eigentlich brauchen drei platten dinger und schrauben platten röhrchen und schrauben und schrauben und schrauben so fundament das haben wir da bis dahinten super so dann haben wir produktion konstrukteur dem konstrukteur ist nichts zu schwör so der kommt hierher und wir brauchen noch einen und wir brauchen noch einen durchziehen wunderbar so produktion konstrukteur den konstrukteur ist nichts zu schwör den stemmen nämlich daher super wie schön ich will da rumlaufen ja wenn man noch mal bis darauf werden wir noch machen so bedeutet aber vorerst wir haben hier die schermelzen hier schermelzen wir mal eisen hier schermelzen wir mal eisen das ist alles toll und läuft dann machen wir hier die platten wunderbar dann machen wir hier dann machen wir hier die schrauben wunderbar und dann machen wir hier also nicht schrauben die stangen und hier machen wir aus den stangen die schrauben super das heißt wir machen hier logistik da einen splitter so wir machen hier ein förderband einmal einmal da und von hier da rein wunderbar und wir machen von hier einmal einmal der steht ja falsch der steht ja falsch so bam ein splitter und da kommt er rein beim super super von hier nach hier und von das so in die kurve oder nö es geht super von hier 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 ja super dann kommen wir von hier ja jawohl nach hier so und dann haben wir alle drei ups dann haben wir alle drei drinnen das heißt wir haben hier schrauben wir haben hier stangen und wir haben hier platten so und theoretisch tisch könnte man hier da war das außen gebaut egal ansonsten würden wir hier später vielleicht sogar noch einen zweiten dranhängen mit einem splitter ist doch nicht notwendig das hier raus also im moment 30 pro minute und der verarbeitet 30 pro minute aber in dem moment in dem wir den aufwerten oder was auch immer dann stimmt die rechnung nicht mehr egal für den moment ist es egal ich will da drüben hin so dann haben wir einmal ein further band so wunderbar stellen wir uns hier organisation larger container einmal zweimal dreimal so habe ich ganz gern diese lager container dazwischen so als puffer eigentlich so er hier und so viel kosten die auch nicht und er hier super so wie viel beton hätten wir noch na vieles nimmer so so viel beton ist tatsächlich nimmer so super dann das passt hier machen wir einmal spezial na spezial wir brauchen hier biomasse biomasse wir werden zwei generatoren benötigen denke ich mal so eins zwei wunderbar jetzt haben wir zwei wir brauchen da machen wir auch gleich einen splitter rein von hier nach hier und von hier nach hier hey du jetzt läuft er uns hier über die plattform wäre interessant ob der da runter stürzt dann naja so wir brauchen wir brauchen produktion konstrukteur einmal und an den dran brauchen wir noch einen so genau so den stellen wir ein auf biomasse aus blättern genau blätter zu biomasse und den stellen wir ein zu biomasse zu festen brennstoff das ist gut dann haben wir von hier bis hier jetzt kommen wir da nicht mehr drüber so so von hier nach hier und da haben wir eh ganz normal fair zeit so dann brauchen wir hier eigentlich nur einen container so organisation container ich stelle mich mal bis da her jetzt ist er runtergefallen und wir haben es gar nicht gesehen so so und hier brauchen wir das felderband von hier nach hier wunderbar und da werfen wir die blätter rein blätter 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 yeah super da werfen wir ein bisschen eine biomasse rein sehr schön und da kommt es dann in die dinge so was wir jetzt brauchen davon eigentlich ganz viele so die zwei kommen am besten da her so das heißt von ihm zu ihm von ihm zu ihm und von ihm und von ihm so da brauchen wir noch einen Masten hier so von ihm zu ihm und von ihm zu ihm von ihm den verbinden wir hier so dann haben wir hier noch einen strommasten da verbinden wir den löschen wir den löschen wir so sehr schön so dann haben wir auch den eins rüber und den hierher so so jetzt geht's los so ist der verbunden mit dem hier? nö nö so der kommt zu dem der kommt zu dem und dann haben wir noch den zum nächsten das ist der hier ist der nicht verboten auch der hier genau der noch zu mir und dahinter ist noch einer und den verbinden wir ihn mit dem den mit den letzten beiden hier so mit ihm und mit da hinten ist ja noch einer hier die der eines super so wunderbar wir füllen mal an die spannung steigt hier auf der seite so super du wirst gleich verpresst wunderbar jawohl einer geht da rein einer geht da rein herrlich jawohl und da wird gleich weiter gemacht wunderbar da haben wir ein paar blätter drin reicht natürlich nicht und hier haben wir ein bisschen mehr blätter so hier kommt schon raus aus dem minenteil super genau wunderbar so da werden die stangen verarbeitet hier werden auch die stangen verarbeitet so stangen schrauben platten das ist sehr cool das ist sehr cool so dann würde ich sagen wir lassen die hier mal arbeiten ganz gemütlich oder beführen das zusammen vorerst mal mit drei förderbändern machen wir das mit drei bändern ich bin mir gar nicht sicher so haben wir keinen wir haben fast keinen beton mehr stangen hammer noch platten hammer noch beton fehlt uns das ist natürlich wahr da fehlt der beton platten laufen beton fehlt okay dann holen wir mal beton so was haben wir da drin das schmeißen wir auch da rein dass das wir nehmen wir mal alles so Super. So, dann füllen wir da noch die Blätter ein, die restlichen. So, Blätter, Blätter, Blätter. Das sind normale Blätter, ja. Super. So, und da wird Biomasse verwendet. Da werden die normalen Blätter verwendet. Wunderbar. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. 25 wird mehr? Sehr schön. Wir brauchen Beton. Wir werden das da jetzt abreißen. So, ein bisschen Beton holen. Ja, ich weiß, wir haben nicht Fortschritt mit dem Weltraumlift beziehungsweise mit Stufen, aber dafür sehr wichtig. Koordination hier mit den Teilen. So, super. So, Beton müssen wir uns trotzdem holen. So, ich bin da schon runter. Okay. So. Ausgezeichnet. So. Und damit die hier nicht so leer laufen, könnten wir hier der Splitter Na, wo passt rein? Überlappen zwischen um ein anderes Objekt. Welches andere Objekt? Oder war es ja? So. Und hier dran. Förderband hier dran. Dann teilt sich das so schön auf. Die können wir natürlich mitnehmen. Einen haben wir noch. Super. So. Machen wir die letzten zwei auch noch. Dann der Beton rein. Oh ja, geht. So. Da kann man die rein. Super. Die Mem zum Erforschen müssen wir auch noch bauen. So. Da hat man Festbrennstoffe. Das ist sehr gut. Und wie schauen die zwei aus? Na ja, da fehlt schon. So. Da werden wir dann später auch eine automatische Versorgung machen. Na, Festbrennstoff. Da. Blätter sind da. Bäm. Und Biomasse ist da. Bäm. Bäm. So. Wir haben hier. Nein, hier. Haben wir Holz. Und da haben wir die Sachen zum Erforschen, die wir später erforschen. Beziehungsweise, ja, diese Bio-Sachen-Zeugs. So. Beton haben wir gesagt. Beton. So. Wunderbar. Wir haben uns gleich ein bisschen anderes, weiteres Metall auch mit Metallmaterial. So. Was haben wir da Schönes? Das da. Davon was. Haben wir noch Draht. Ja, aber das nehmen wir weg. Stange. Da hätten wir auch. Ja, 200, 400. Das reicht vorerst. So. Das können wir weggeben. Super. So, dann noch einmal rauf. Wir haben ja im Moment einmal nur die Platte hingelegt. Okay. Ach ja. Da fehlt uns wieder der Brennstoff. Macht nichts. Da. So. Dann Fundament. Fundament. So. So. Wir brauchen eine Rumpel. Da befürchte ich halt, dass der Baum kaputt wird. Eine Rumpel. Okay. Und hier brauchen wir ein Container. Und hier brauchen wir ein Container. Da befürchte ich gerne einmal. Zweimal. und dreimal so, jetzt holen wir uns hier die Platten wunderbar so, die nächste äußt das viel schön so, da haben wir hier und wie weit geht das noch ich mag das ja, wenn man das sieht wie lange diese Bänder sind und so ich mag das so, bis hierher und von hier sehr cool so, und dann haben wir da und oh ist zu lang natürlich ja, da macht es eine gefällt mir nicht kann man das gleich ja, dann ist es so dann ist es so ja, passt schon so, wunderbar wunderbar schön meine Lieben das war die überraschende Doppelfolge für den Sonntag ich bedanke mich fürs dabei sein ich switch gleich rüber in die nächste Folge mit euch ja, bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal